Seid ihr herzlich willkommen! Tagesimpuls am 1. Oktober Was zeigen die Karten? Du stehst in einer grossen Herausforderung, besonders was deine Finanzen und deine Arbeit betrifft. Du bist fleißig, arbeitest zu viel, hilfst anderen und bekommst du zu wenig Anerkennung. Sogar es gibt Menschen, die dich kritisieren. Du hast Pläne, du möchtest eine Veränderung, besonders was deine berufliche Situation betrifft. Aber bist du noch unsicher? Sei noch ein bisschen geduldig. Bald bekommst du finanzielle Unterstützung oder ein gutes Angebot. Es verbessert sich etwas. Und deine Wünsche gehen zur Erfüllung. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Denderer.